Wenn er nicht dem Zuspruch des Feldweges eingeordnet ist, die Gefahr droht, dass die heutigen Schwerhörig für seine Sprache bleibt. Ihnen fällt nur noch der Lärm der Apparate, den sie fast für die Stimme Gottes halten, ins Ohr. So wird der Mensch zerstreut und weglos. Denn zerstreutend erscheint das Einfache einförmig. Das Einförmige macht übertrüstig. Der Vertrießliche findet nur noch das Einerlei. Das Einfache ist entflogen. Seine stille Kraft ist versiegt. Das Einfache ist entflogen. Das Einfache ist entflogen. Das Einfache ist entflogen. Das einfache ist entflogen. Das rég手 ist entflogen. Das Einfache ist entflogen. Vielen Dank.